okay moin leute willkommen bei einer neuen folge von let's play life is strange mit malz bemerken wir sind wieder auf dem schrottplatz wo wir auch am ende der letzten folge schon waren naja wenn ihr das display so durch sucht dann hat sich nicht viel geändert an unserer position wenn ihr gerade frisch eingestiegen sei dann sind wir jetzt ja auf dem schrottplatz von chloe ich hoffe ihr wisst wer sie ist und wir müssen flaschen für den schrottplatz suchen flaschen für den schießstand auf dem schrottplatz suchen also gucken wir jetzt ob er sich schloss holt woher hat man wohl schießt nicht erhübt oder so oh und weichenstellhebel spritzen oh gross so disturbing to see old syringes on the ground oh oh wir erinnern uns ja daran was kate gesagt hat kann das was sein oder hm ne wurde zufall oder wahrscheinlich wird zufall oh da liegt so ein brettchen gucken wir uns die planke an hm hm i could use this board as a bridge doesn't look too heavy da ist das board die brücke all this rusted metal makes me feel serene am i morbid or just goth jo schön dass wir jetzt nicht auf die salle angucken können i don't want to go that way danke max i don't want to go that way yippie mit dem brett können wir auf das boot aber erstmal müssen wir hier flaschen sammeln oh 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 Ja, ich übersetze das mal nicht für euch. Meine Flasche. Jetzt probiere ich mal was. Könnte ich zurückspulen und wir noch eine Flasche nehmen? Mensch, endlich wo wir diese nervigen Sidequests schön verkürzen könnten durch unsere Fähigkeiten, können wir natürlich nicht zurückspulen und uns noch eine Flasche nehmen. Kacke. Autsch. Fick dich. Ja, dich. Nein, ich seh das nicht vor, ist zu blöd. Ja, ein Mixtape, obwohl es eine CD ist. Na ja. Schminklopfer schritten. Ein Armband. Ähm. Oh, Graf Startscheibe. Fotos. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, hier ist eine Nummer. 1337. Naja. Ich will es mir nicht vorlesen. Lies es selbst. Ihr könnt dafür pausieren. Oder ja, lies es so schnell. Oder ihr guckt das Video oft genug, damit ihr es endlich durch die Leser habt. Macht wie jetzt wollt. Ich lese es auch jetzt so. Oh, ja, 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 ja. Weiter geht's. Flugblatt. Toll. So, gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Habe ich noch irgendwas übersehen, wie ich so oft tue? Nö. 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 Dann. La Bitch. Naja. Da im Boot ist diese Flasche. Moment. Habt ihr die Nummer von der Locke gesehen? Zurückspulen. 1337? Lass uns ein wenig Trainspotting betreiben. I'll take the number and write it right down into my Camel Spotting Book. 1337. Ja, die waren wirklich extrem europäisch aus. Aber ist egal. War Rachel ein Trainspotter? In ihrem Notizbuch steht schließlich die Nummer von der Locke, die jetzt zu völlig vorbei gefahren ist. Na ja. We're here to find bottles. Maybe in an old refrigerator. Yo, in einen alten Kühlschrank. Max? Danke, dass du mir jetzt dieses Hinweis. Graffiti. Yo. Eat shit and live. Schön. Ein Lagerfall. Flasche. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du. Only 3 bottles left. Da quietscht wieder irgendwas. Oh, was ist das? Oh, was von Veroen? Yo. Yo. Toll, immer diese Nachricht jetzt. Könnte ich wieder ins Tagebuch gucken? Ach, na. Juppie. So. Könnt ihr durchlesen. Ich muss dieses Tagebuch irgendwie lesen. Zwischen den Folgen oder so, sodass ich euch nicht damit belästige, wenn ich es lese und erst entsprechend dem Background wissen habe. Okay. 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 Verdammt. Okay. Noch mehr. Viel zu viel Papierkram. I don't want to go that way. Noch mehr Flaschen. Wir haben zwar schon die Zusch- nein, 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 nein. Ich hab nix gesagt. Steht hier vielleicht doch so ein Kühlschrank rum. Nein, aber der Kühlschrank. Tür. Dein Boot ist eine Flasche. Eine alte Puppe. Oh, poor thing. They left you here all alone. Mit einem schwatten Gesicht. Hm. Hemd. This is the scariest thing here. Rote Hemden. Autofrack. Ansehen. Every car has its own tail and history. Boot. So sad to look at a grounded boat. I wonder who own that and where they are now. Hmm. Sind wir nicht mit so'n Bus eben gefahren? Von ein paar Folgen. It's hard to believe that was once on the road. Filled with dozens of students. Hemd. Waschmaschine ansehen. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Sehr interessante Ansicht von Max. Felt. 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 And two more go. Talk about finding a bottle in a haste. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Interessant. So we're looking at. Wow Sir. It looks exactly like this same dough from my tornado vision. Where is that? There? Das Reh ist der perfekte Foto-Op. Das Reh. Foto machen vom Reh. Da kommt ja schon wieder was vorbei. Haben die keine andere Lok als 1337? Na ja. Oder haben alle Loks die Nummer? Ein Stumpf. Okay. Ja. 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 der Kassi prophylaktisch abgeschaltet habt. Naja, ich mache lieber einen Cut und gleich jetzt weiter in der nächsten Folge von Let's Play Life is Strange von und mit Malzbeben. Bis dann, tschüss!